Willkommen, seine Nacht, mit deinem Sternewagen. Hör, was das Herzchen macht. Du Betsy, wir müssen augenblicklich nach Yorkshire aufbrechen. Aber Henry, ist dir ein Freund, dass wir jedenfalls noch heutig zum Job gehört sind. Zum Teufel mit der Leber, zum Teufel mit den Nagen, zum Teufel mit den Schorten. Ein Tag, wo er so nach seiner Weissel muss unter die Erde gemacht wird. Erkolle einfach mit Frauen alleine lassen. Das ist doch nicht für ewig. Er ist Lady Fryman. Du kannst doch mal weg. Du musst sie doch nur etwas unterhalten. Boah, das wäre nicht fromme Ereaktion. Wir haben ein bisschen eingeladen, oder? Wir haben eine große Annahme, dass es sich um einen ausgeborenen Wirken hat. Ich verspannend. Warte mal, dass du nachher die Masse gehst. Komm, du willst mir nicht die Masse. Keine Sorge, Willi. Wir werden mal einen Flüchtlingsschlag. Aufhören, bitte die Zeit. Oh, 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 oh. Oh, schnell davon, bitte. Nein, das geht nicht. Wir haben jetzt keine solche Diskussion. Der Wind, machen die das nicht aus. Verrückt. Ich? Lass deine Finger von ihrem kariertes Masse und spreche ich dich auf. Es wäre zu überlegen, ob wir ihn und Clarissa zusammenbringen. Nein, Mama. Das ist meine Meinung bestimmt brutal. Das kann auch heutzvoll sein. Ach, was haben Sie denn zu sagen? Ich schlag! Nichts! Ah, komm! Ich glaube, Sie sind ja, macht meinen Fehler. Boah, mein Whisky! Was hat das Schicksal eigentlich gegen mich? Ich suche doch niemanden etwas. Boah, das ist ja so. Allocation. Ja, okay… Ich bin wiseuf und schnee esقد, Sie? Komm, ich bin Spaß. Wenn da bist du. Ich bist schade in Peace, der Rippe glororientiert. Ich bin mit Daniel in Videos und interessiert. So, mit Daniel in Fürst, der Rippe, vergleiten Sie mich und seien Sie ein Mann! Wieso versteht das denn jemand? Es ist doch so leicht. Hopp, denk, hopp, denk, hopp, denk. Willi, kannst du mir verraten, dass diese Flasche hier in unserem Keller ist zu suchen, na? Sie können ja längstens mal lachen, wenn ein Ausländer einen Witz gemacht hat. Übrigens jetzt nicht auch Ausländer spielen. Easy. Okay, dann schlage ich vor. Überschlafen die ganze Zeit, weiße Mann. Können Sie doch nicht überlassen, oder? Höch, höch! Äh, hopp, kids. Hopp, kids. Hopp, kids? Ja. Hey! 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 Ich bin Terran... Wie heiss ich denn? Wie heiss ich denn?